jetzt bin ich bin in blaue linie ja näher oder ich wollte gerade weggehen leck mich doch ich war fast dran naja penalty gibt es keine straffen minuten hoher wichser für den reingemann ich bin die reine geknallt weiter was soll der erste penalty weil es den torgeschoben ab zu zweit abseit dann passt zurück dann ist die kunde zu spät dran der beste verteidiger gerd aus kontern lassen ja ich muss ja trotzdem mit reinfahren ich habe mich dann an die blaue linie gestellt so dass ich falls er nach hinten kommt durchziehen kann und schlagschuss anbringen ich habe trainiert sieht man das siehst du wo stehen geblieben so kannst du ihn auch mal auf mich ablegen falls sein vom tor geht aber schöner schuss nicht schlecht geklaffiert haben alle drei proxen ließ du musst ins spiel rein und dann auf cell ja dann auf cell und dann wir wissen gerade im spiel da gerade angefangen wir haben nicht mehr so viele spiele für den pokal ich habe das abbläht wenn du forderst und dann im puck ricks dann kann es sein dass der doch hin dass der dann den stadt die forderung als passiv nur den pokal zu geben scheiße wie ich bin links linie im schuss merkt man das trainiert hat tobi gelt man mag das verteidiger geübt haben ja leck mich auch mal sein 0 1 auf 2 1 gedreht du musst dann bei kuchen wie miese näher hierzeit beim spielen doch unten auf wo dein name ist dann auf verein also muss keine vereins einladung stimmt such mal such mal 1 2 1 oder hd 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 musik ist das kürzel großart ruste zwei kürzel hd kopf als bube genau ja gut wenn es erste dritte gedreht ich war hin ich war schön hier 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 ein hd ich habe hier auch gibt hd großart ruste nein kürzel name ist kupfer als bube ich wollte erst ein trick shot man absorten mich betraut nach wie ich die beine weiß das habe ich gut wo muss und der hin ich bin links oben in der blauen Linie aufzuhalten durch die Beine fahrrad ist die jodl 1 r1 ich denke was macht der hat ging nicht ich wollte eigentlich nur richtung band darüber bringen dass wir von dem umgehauen zu hören ich laufe tobi ich bin hinten linie links der hat gepasst genau rechts oben der wichser du hast jetzt ein spieler okay bestimmt heute bilderung oder so linie rechts entlang an der bande okay was machst du hinter dir da anderes hinter dir ach, falscher Knopf, fack, 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 fack tobi oh, ich hab die KI getackelt das kommt alles, warte, wir klären es sich gleich oh, schöner Spielzug, schöner Spielzug ja, die Position kannst du dann auswählen wenn wir das auswählen 3 gegen 3 oder 6 gegen 6 dann kommen die Position du kannst auswählen ob du Scharfschütze, Verteidiger, Vollstrecker bist oder was auch immer alles dasteht ah, dem seine Rückpässe sind echt scheiße links die Bande zur Cahier ah was? aber niemals guck's dir mal an ja, deswegen mach ich selten mit R1 sondern immer Tackle mit Kreis wenn du auf Kreis drauf bleibst dann läuft der Automatt stehen auch hinterher ja, aber ich hätte nicht mehr gekriegt ja egal wir haben einen guten Torwart, wir haben Lehmann Jens Lehmann im Tor oh wow schön uuuhh Tobi okay, der war im Weg ich hab Kreis gedrückt, dass der schießt ja, das ist gut als er ihn kriegt Kerle, ich steh hier die kleine Stück links genau rechts ja, oh gut das war jetzt der Moment, wo du schießen willst weil du zweimal aufkalten musst ich fahr gleich nach Wagtat fahr gleich nach rechts fahr gleich nach rechts fahrg und die so ein Depp das spielt dann nach links links die Bande gleich wenn's geht ne ach starte Tobi jo haaa ich kriege den schlechtern Schuss aber im Gegenspieler dein Tor steht und blopft ja alles gut für ein zweiter drittel ist gefährlich pause nach 0,5 1 auf 0,5 sekunden er ist erste bulli was die gewonnen musste ich überlegen wir haben 18 mal auf dem sein gehäuse ja 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 so absetzen ja die blauen die zweite blaue linie ist abseits von der mannschaft die nach oben spielt wo hat er mich weggekloppt du hast ein punkt links liegen entlang da dran gekommen wer stehen wir uns 100 kilo verteidiger mal wieder da hinten kommt platte und raus schon stock noch drunter gebracht oha sind die kri der die alle verarscht ja gut ich hab's gewusst ach du hast zu lange an die bande gedrückt ja ich vergesse immer dass ich da noch mal kreis drücken muss wenn ich den da festgemacht schlicht geschossen ja das ging nicht war zu lang so habe ich jetzt sprinten müssen ok ja der hätte gleiten sollen dann hätte ich ihn in die gegenrichtung vom tortsch bin könnte er gestern immer frei ja ich habe falsch gefällt mir doch ich habe falsch gefällt mir doch ja 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 schon wieder für uns also jetzt gleich ja die ja ja und ja ja ich ja 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 da Sorry, das war ein schlechter Platz. Rechts vor oben. Ah, fast. Du schaffst es doch vor dem Goalie. Autsch. Weil da gibt es kein Ising, wenn der Goalie dran muss. Ah. Oder du dran. Wenn du zuerst da bist, gibt es kein Ising. Okay. Uuuuuhh. NHL. Ey, wir müssen dann mal fotografieren, dass ich drei Tore gemacht habe, Tobi. Das glaubt, der kriegt es ja nicht. Äh, der erste, wenn er über die rote Linie geht, der Spieler, der näher an der, an, ab dem roten Punkt, im Angriffsdrittel, und der Gegner, der näher am Puck ist, und ich hab ihn hinter der roten Linie nach drüben geschossen, ist Ising. Wenn der Daniel aber vor ihm da ist, und den Krieg, ist kein Ising, zum Beispiel. Jupp. Am Schluss ist gut, er hat es verständlich erklärt. Jupp. Rechts um. Ja, der hätte zu dir abbrallen sollen. Ey. Hast du das gesehen? Alles gut, 3-1. Hey, man, Schüsse wollen noch rein. Unser erster verdienter Sieg, Tobi. Ja. Ja, noch sechs Minuten, 36, also, ihn geben. Gleich. Ja, ich wollte, ging nicht. Versuch mal, die Bande lang zu spielen, hier dem Tor. Oha. Hat er ganz funktioniert? Ah, ich hab schon x-gedrückt, die Strottel. Ah. 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 Lauf, die Zucht zum Tor. Ja, Kai, erstes, gehst du hin, dann nicht? Scheiße. Ich glaube, ich bin nur gerade diskret auf die Nerven gegangen. Boah, Tor, danke. Alles gut, noch 56 Sekunden. Ich hab's ja aufgehalten. Ja, hätt ich zurücklegen können, das ist recht. Ups. Ich hab's ja aufgehalten. Du hast richtig gemacht, Tobi. Wenn man als wüsste, was der macht, ob der passt oder... Tobi. Ah. Schuss. also schlägereien gibt es nicht beim dick beim 3 gegen 3 timeout gibt es auch nicht für jedes voll kriegt da geht am gegner penalty strafminuten gibt es keine strafminuten gibt es keine rechte bande lang gleich 20 spiel wir haben zeit kein konter spiel kein vk perfekt sieht so wie ich bin fertig ich gehe offline das ziel erreicht du lädst mal den weg bitte ein müssen wir auf nächstes spiel gehen da auch dann kommst du da kommst du da ins minüt zurück der sucht nicht automatisch neues spiel dann muss ich auf immer kurz dann klub option die drei taure fotografiert ja passen ist schon in der gruppe post eingang dir steht dass du die drei gemacht dass wir haben 30 mal auf das gehäuse gefeuert werden solche spiele einladen sortieren beitrittsanfrage annehmen ja das ist ein bisschen kompliziert ist drin kannst du auch für eingehen drei gegen die drei gegen drei gegen zwei gespielt im sektor gegen zwei neben sechs gegen sechs zu dritt gegen zwei gegen zwei gegner gespielt ja erst mal nimmst du deine position center 3 gegen drei dann nimmst du jetzt relativ leise machen wir da tor wieder bist raus ja ganz kurz ich bin da wieder drin ich habe belohnung center das ist der wo die bullis macht und als erst der bullis macht doch musst du weil ich kann das nicht der tobi ist guter verteidiger bleibt verteidiger jetzt gehst du unten da wo dein loadout steht hat du bist stufe 1 du wirst wahrscheinlich noch nichts haben also links steht eine position c und da nebendran das kann ich drauf drücken und dann aufs lot bearbeiten ja gehst du unten auf bearbeiten da kannst du dann dein gewicht also rechts auf das 0 1 x und dann kannst du da dann kannst du der größe gewicht und schuss schießt rechts links ich hatte noch drei taschen ja es kommt drauf an was du oben ausgewählt hast weiß ich weiß nicht was das erste ist spiel machen du musst nachher mal bei uns eine belohnung reingehen da ist ja ich bin kein gm kannst du belohnung aufmachen was hast du dazu auswahl hatte bis stufe 1 das kriegst du noch guck mal du gehst bei er hat durch alles freigeschalten ja aber du musst bei lud low out ein du musst du musst schwerer sein bist du leicht naja du bist du hast nur 186 zu klein viel zu klein viel zu klein im mittelfeld du wirst nur umgekloppt so klein sind nur stürmer ja noch so an die 95 kilo ungefähr 94 er ist egal du musst passen auflegen ja von den symbolen was wieder rechts nebennahme haben hast du noch nix das dürfte noch nicht haben ja aber ich weiß natürlich freigeschalten ist die die merkmale nach rechts also da wo du eine schussgröße schuss und größte gewicht einschloss nach rechts auf die drei leeren felder kannst du mit r1 oben auf ganz rechts hast du schon freigeschalten ist wo auch nicht spielt jetzt wer spielt ja wenn du welcher der zeit da kannst du deine deine wert sind die frei oder ist anschloss ja sie ist ja was sie unten an den werten machen oben siehst du kannst du mit rechts links ja ist egal muss rein haupt zu lassen das net unbedingt kann es auch ohne das erstmal habe ich auch gemacht wenn man so ohne ich war verteidiger sachen hatte ja du kannst du was cardio hast du ok muss dann ja ich bin gerade auf die kraft kreis gerissen ja ja weil wir dann gegen spieler spielen die vielleicht im tor stehen wenn wir niemand nimmt also wenn wir kein tor haben aber kein ist ja das ist es nur mal keine ahnung wir wissen was das bedeutet es dauert nicht im spiel zu suchen minute oder so mein überhaupt antritt chef chinko nationaltrainer von der euro wir haben 30 mal aufs tor geschossen leckige marsch so muss das auch sein aus allen lagen wenn es geht zu schießen schießt wir haben 30 bullies gewohnt die kai also dirke der gewinnt nur ja da muss ja schieben oder passen direkte muss jetzt gleich noch mal bereit drücken jetzt zwei gegner scharf schützen defensiver verteidige ist dann glaube ich sogar die vorhin da nicht gegen uns sind es die die vorhin schon abgebrochen das kann sein ja also wir haben einen 1 zu 0 zu 1 auf ein 31 gedreht aber was dann die geschichte sind also wir haben mal wie viel 14 zu 0 verloren ja 16 zu 0 ja manchmal dann bin ich gerade im gegen die gespielt ne das sind die aber guck mal die haben alle leichte gewichte das heißt relativ schnell da geht jetzt gleich der erste schieb an und dann wollen sie nicht mehr zu mir ja wir haben uns nicht ne das sind die besten aktueller rookie club für cup führender der wo erster ist 36 siege zwei zwei niederlagen wenig wenig mit r1 angreifen dirk mehr mit body check verteidigen meinst du ja das kann man nicht weg drücken dirk nix mit dem steuerkreuz einstellen ich sehe es gerade schon voll auf offensive gestellt also dann start drücken gut links ein stopp ja du machst du machst du machst sie nur noch am besten mal zum tod das geht jetzt sehr schön die müssen aus dem abseits raus ich bin der der an der blauen linie steht tobi stieg ja schön schön geht rauf die müssen raus rüber ja damit habe ich nicht gerechnet so hin dass du den torwart vom schnellen rausschmeißen und vom puck x net drücken wenn der torwart ihn hat wenn du nicht sicher bist ja einfach nichts machen genau ne ha 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 zum Dirk Bandelang links aber ich wollte abster das schmeißt das ich dann treibt es ist es ist etwas passiert als größer schon ein Daniel geht muss alle Bullys der Koma den Kopf der Abwenden über deinem Kopf ist sowas wo du siehst du wenn die nur die du kriegst ein penalty oder auch ne einfach so wie du es voll geübt das nicht schlecht jetzt hätte sie recht alles klar ist schwer das ist schwer wir haben schon wahrscheinlich 100 penalties gegen uns gab vielleicht zwei gesehen die drinne waren links linie hoch doch doch auf rein scheider der roten linie immer wieder du kannst auch versuchen den gegner irgendwie wegzuschieben ich versuche immerhin hin zu laufen mit allen mit dem linken stick nach vorne drücken oder halt mit x den bulli gewinnen das k k reichert wo auch kurz die übersteuert probiert alles gut links die bandet lang war alles gut alles gut 0 ist gut ja durch das ist das musst du machen pause oben 2 20 kunden ja außer wenn die gedrückt haben wird dann geht es weiter ich muss mal kurz mal aufwahren ja wenn wir können wir können auch gegen zwei gegner spielen das kann auch passieren das ist eine klinik zugeguckt mehr ist der poko meine du bist alleine längst rüber passen man muss so flach schießen das penalty sobald wir sobald wir den ball haben bei dem poko gut der ball ja sobald wir den ball haben das sehe ich mich reingeschmissen habe attacke ne nein bin ich nicht fassen 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 ja spiel zum tor versuch mal zum torbe zu spielen oder die gegner wegdrücken ja das ist auch wenn ich aufs tor schieß wo dir darfst du zu offen sich sein du bist immer eigentlich immer ein stück hinter mir bleiben drück weg bist du weg sei froh da wird aggressiver die offen dauert gehen er muss das timing wird wohl links muss mir erst mal luft verschaffen ihr dürft nicht beide nach vorne laufen ich kann dahinten ja das sind aber auch gegenspieler keine ahnung ich hab mal hinten gepasst ihr müsst euch halt bissl anbieten weil alles ich bin dazwischen gekommen nein ich nicht deswegen gucken da wo ich noch ein bock den bock wegschlochen und deutscher pfeift die niederlande ich muss gucken warum du meinen dass ich nicht rein wird und nicht runter wird die zu früh alles gut kein stress egal vorbeigelaufen ja alles gut ich hab gar nichts gemacht ich muss erst das nicht oder aber ich glaube ich mich auch ich habe mich wie ich ja jetzt stellen wir auf das 6 gegen 6 das ist noch anstrengender dagegen ist das gemütlich ist ja der überall rennen da wo was sein so gewöhnt sie sich dran gewöhnt sie sich dran muss immer noch gucken wer dann gegenspiele ist ich weiß was los war ich habe aus das in 94 erstellung nhl 94 controller einstellung ich denke die ganze was stimmt hier nicht macht das ding rein schießt doch mann du darfst dich nicht rumdrehen und hat gerade alles gedrückt pro drittel kannst du könntest du jetzt bitte muss auch speichern geht nicht weil sie jetzt angenommen geht doch ja wenn wir einmal gespielt dann haben wir uns für die du so pokal hier qualifiziert meine punkt verloren fick dich meiner nicht bei wegziehen nicht die beine wegziehen eingetroffen bevor die beine weg jetzt habe ich doch ich habe so kann doch bei mir gesagt nicht die weine wegziehen ich schwitze eh ich schwitze eh da ist aber auch heiß draußen immer du das haben wir jetzt schon wieder gemacht ich habe schon check gefahren vom tor aber ohne puck der 4 und ich habe hier noch niemals behindert er unser lehmann ist eine mauer das hinter ist ein loch immer aber hinten das erste spiel was wir gespielt haben waren sechs gegen sechs zwei gerade war der anpfiff und dann stand links unten ich habe bei jedem von uns drei kampf jeder hat gedrückt haben sich zweifel uns klar geklappt in der ersten nicht mal ersten sekunde gelte wie links ich gehe links gerade rechts mache der wichser ist dran ich glaube so sorry dann ich wollte mir lauf dir mal allein mal allein links rüber links rüber schön habe ich weil es wäre er hat es sei gezielt und zweimal alle die siegste ich musste die kann gleich spiel heute bin ich nicht guter verteidigen schade da ne a und die warten müssen ich sage es nicht mehr links oben spiel doch zu daniel ja der pisser musste dann ja ich musste da eben dran sorry alles gut warum warum was habe ich gemacht ich habe das bein stelle weil er so tun ja weil er wird durch gewesen allein auf dem torwart ich wäre gekommen wie der adler auf dem eis ich muss kann das die müssen raus dem absitz selbst hoch vergessen dass er vergessen nummer vier heute es gab tage habe ich kein einziges den ganzen tag du kriegst trotzdem keine gehaltserhöhung egal klar abseits 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 tobi links ungefähr fast so wie doch spiel links kann ich auch kann ich auch kann ich auch kann ich auch so wie bei mir denkst du das was mir gefallen wichser ne der tobi diesmal warum schon dir tobi zieht mir die beine weg bande links wir haben pendelt die toby macht das ding rein oh ne ich auch gott was mit pfeifen von stürmen ich habe falsche knopfe gedrückt ich wollte er in stadt soll ne ich diesmal ne fuck 26 sekunden ja ja mach mal ich teckel den da oben über mir weg ja raus aus dem absatz links oben das recht das sollte ich zu dir kommen wäre auch theoretisch 20 sekunden vor schuss gewinnt er die bullies ich gehe links oben in tobi gleich habe ich habe ich schießt ja fertig penalty tobi macht das ding rein das sollte durch die beine ich weiß ja warum das abgepfiffen wird 1,8 gleich zu mir gleich zu mir ja wenn er die für und die ich den folgen und egal wenigstens kann er nehmen man was aber wir haben uns gar mal so schlecht gesteckt nö gut wer so wie die letzten 100 mal das 14 06 das bult bulli verloren hat geblinkt jetzt gesehen ich habe es auch gesehen der marvin kumpul ist gut ja das stimmt bis zum zehn auf jeden auf jeden fall es ist schnell das schnell mund auf trichtereien runter drücken müssen jetzt daraus stufe 8 bereich ich kann dich nicht einladen du musst wieder rein du musst einfach rein und dann rein in die game game world of cheer und dann du warst zweiter star klar schon vierte heute nein nein du wirst ja noch besser wenn du die fähigkeiten hast du musst als spielen im level hoch machen ich bin jetzt stufe 10 wieso zeigt er das stufe 6 an obwohl er eben stufe 8 angezeigt hat ich kann noch mal raus und wieder rein geschieße toby von der position ich muss doch noch einstellen ich werde jetzt raus sind ja wo bist du ja wo bist du ja wo bist du so hat er viele grüße und grüße und toby soll zum maul halten ja vereine drei gegen drei hat es nicht gesagt nein hat sie nicht gesagt das ist die spiel so verläuft was ist sie heute dir hallo was ist ihr was ist ihr es heißt toby glaube ich ich komme rüber gefangen schau mal sagt doch nicht dass wir verloren haben ich habe doch lauter schreiben dass er sagt dass wir verloren haben ich sage ich gewinne und wir verlieren jetzt erwarte ich 10 bullies 10 gewonnen hast nur 10 warum so wenig wir müssen eine steigerung noch haben ja wenn wir mehr bullies gut dann geht es voll die 533 karriere tore ach du scheiße ich glaube wir kriegen auf den sack der eine von denen der stirbt jetzt 19 bullies habe ich ich gehe aus dem weg 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 links oben links oben dann gespielt ich habe zwei weggenommen alles gut warum hat er nicht geschossen ja und dann noch einen kleinen schuss raus hat er nicht gemacht der wixer ich habe heute mein ja machen wir es dreht der eine hängt hier hinten bei mir links jetzt passt rüber mit ich sehr schön tobi ich muss in die passwege reinkommen ja alles gut 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 der rutscht noch ein bisserl enttauert der tobi steht schon darum auf die fresse zu hauen er gewinnt mal wer net mit schwemige arbeit schön jetzt dirk gibt es auch her ich habe schon eins gemacht sehr kurios er denn das ist ein fünftes gs 20 prozent guck auf den seinen armen ich muss den blocken der kleine 20 prozent sind gesunden wir würden nachher minus 100 haben du fährst gerade gegen taktor wieger der heißt so wieso ich nein der gegenspieler von dick mein bulli heißt dark tobi abseits ich habe ich habe doch platz kann bis hierhin laufen und dann zurückspielen dann geht er denken ne ich muss schon ein bisschen langsamer laufen du hast drei männer hinter dir die brems ab in dem moment boah ah der war knapp schön tobi links tobi tobi sehr schön da sehr schön da ja fertig drei sekunden kreis muss für mich gut da nur 0 1 ist nicht ok 0 2 da ja eins jetzt haben sie zwei 1 und haben die keins an uns vorguck taktob ohne assist ich habe ja kein helden der bongo 3 siege 10 niederlangen und einmal waren wir in der oberte oberte ist brutale da darf es kein fehler machen oberte müssen wir golden goal kommentiert es jetzt nicht geht weiter geht weiter herr ich nehme mcdonalds ich sag immer mcdonalds hauptsächlich hab's doch noch gesagt da konnte da reinlaufen ne mcdonalds mcdonalds hier ist war hier hier aua ich wollte grad passen ja deswegen kriegen wir penalti behinderung ohne puck ich würd mal sagen du war sie mal auf dem Weg schade da schlack hat er den rausgeschossen jetzt gewinnst du den mcdonalds ich fahr ja schon ein bisschen nach links der Dirk blockt mich hey Torwart vor allem der Tobi läuft an dem vorbei der stichtende puck weg gehen was beim die 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 das ist der wo die über 500 Euro Karriere dauert ja die drücke ich gehe ich nicht die richtigen ist gewonnen wie einfach der mit das ding wegnimmt da links posten so wie links das habe ich nicht mal vor der blauen linie gekriegt ich glaube ich gehe klar auf den Igo da oben Beine weggezogen doch doch der rote der mit dem grünen Schläger nee Flatsch oh das sieht voll einfach aus bei dem ach der darf den Punkt nach hinten nein Tobi du schlägst die Schrecken geht doch gar nicht für drei gegen drei gut zudem Schönen gespielt, schönen gespielt. Endlich. zwei nummer 4 5 5 5 5 schreit er mich so an absatz abseits ort hier weckt da übrigens im sex gegen sechs mit fünf minuten draußen wir drei geblockte schüsse schon links oben lauf hier ist drin er lasst die gegner vor dran einer zweck abwas was kriegst du musst dann zum schiefer fallen und den umdrucken willkommen der drogen genommen kommen alle können sie auch noch drei mal ich Ah, Igor, mein Freund. Hallo, letzte Zweifel. Boah, beim Passen, Alter, hat der mir eine gegeben, lecklicher Warsch. Ich spiel Bandit lang, links oben. Ah, Penalty, schade. Egal, mit seinem Leben das Tor verteidigt. Ja, ich wollte Passweg eigentlich nur zumachen. Ja, genau, als ob der das so... Ich mach dann... Mein Penalty mach ich dann rückwärtsfahren. Ja. Penalty. Ja, genau. Über der Dirk. Ja, das ist ein verteidiger, was wir schon machen. Aber du kannst doch die Blöcke auch blocken, wenn du da so mit dem Schläger nur rutschst. Was ist denn das so ein Knob? L1. Aber eben musste ich ja hinterher, weil der war ein Stritt vor mir. Ich wollte eigentlich nur den Passweg, dass der Torwart die 1 gegen 1 Situation hat. Dass der nach dem Spieler schlägt. Das war nicht ganz so geplant. Oh! Tobi, deine. Links oben. Wollt zum Dirk spielen. Mhm. Was macht der? Der macht den Frosch. Was macht der? Der hat nur die sind am Puck vorbeigefahren. Naaah. Ich wollt grad wieder rauslaufen. Ich wollt grad sagen Achtung. Wir werden die Schaucht. Fliegt der da auf einmal am Puck vorbei? meine fresse so wie ich bin alles raus zentriert hast gerade gelacht ich habe es gehört toll Ach, was ist denn jetzt los? Die sind auch kleiner als wir. Alles gut, die sind gut. Was will ich machen? Ich hab' geblockt. Dirk! Daniel läuft ihn. Klar, ich bin Stürmer, ich muss auf alles drauf. Ah. Tobi kniet, der Tobi kniet sich halt so lange nieder. Recht um. Wir kriegen Penalty. Wir. Du, ja, einer von uns. Oh, ich. Der haut ihn hin und rein. Und dann immer der Nachschuss. Der war knapp, guck mal. Ich näher mich. Ich näher beim ersten Bulli. Äh, Penalty. Komm her, Igor. Bam! Ich zieh ihm die Beine weg. Ich zieh ihm die Beine weg. Ich zieh ihm die Beine weg. Boah, mit den Kuchen, Alter. Blutgrätsche. Blutgrätsche, ey. Offene Sohle. Vereins. Ich bin schon das Vierte. Das Neunte. Boah. Wie die KI, gell, Tobi? Bande. Entlang. Ja, was denn jetzt? Ja, was denn? Der fängt den auch noch. Das ist doch noch ganz easy. Entschuldigung. Ich zeige. Ja. Ich fahr mal in den Schiedsrichter. Ich fahr mal in den Schiedsrichter. werden du darfst nicht zu lange kreis drin weil der puck rutscht du rutschst dann weiter dirk stand mir im weg ja tschüss meine herz ist ja gut verteidigt ich will nur sagen dass tue sind warum hast du das schieben mann ohne mir was zu sagen das ist doch scheißegal guck dir gar nicht zu gr1 auf nächstes spiel er macht gut gespielt nur im letzten da ja wenn wir wenn wir mehr bullies gewinnen sieht es auch anders aus vor allem ich stehe vorhin warum funktioniert satz dienstisch auf die 94 erstellung umgestellte scheiß ding passiert ich habe acht blocks gehabt ja auch nicht schlecht jetzt macht die ki wenigstens wieder die police auch mal hinterher rein aber da gewinnt sie wenigstens die muss bully training oder morgen wieder mehr spielen so wir haben kleine spieler der eine ist jetzt auf 106 kilo der hat gewechselt auf verteidiger ja der eine spielverteidiger ist noch nie bei uns scharfschützer verteidiger oder spielt verteidiger auf der das stellt sich nach oben stimme position das ist ja egal wo am ende steht oha 2139 karriere tore ich habe 16 straßen ich schaffte es in 9 15 spiel das wort wort Uah, es war knapp. Aua. Ich habe uns noch unsere Hosenfarbe geändert, gell? Viel besser so. Ich musste die nach außen. Dani, du hast da mit mir das Tor. Das ist die Penalty. Aber wegen? Mir nicht. Ich würde mir einschauen, aber ich habe die ja nicht berührt. Für das, dass sie 2000 Tore hat. Ja, aber... Ich schießt wahrscheinlich aus allen Lagen oder spielt den ganzen Tag. Ja, wir dürfen nicht so viel Penalty verursachen. Ja, und die Bandosch verloren. Alla, steh auf. Puh. Dieser blockst du den einen und abgesehen andere da. Ist doch durchgekommen, gut. Ah. Oh, was war das? Das war von vorn noch. Lass mich verarschen. Ah, nicht die Beine wegziehen. Ja, KI. Wer ist, wenn du mal weiter rüber gehst. Dürftig mal. Ach. Das kann ich auch, was der gemacht hat. Ja, und mich wieder hingeschmissen hast. Ich musste da rein. Ach das. Alles gut. Nervt mich das. Nervt mich das. Jetzt auf den Schmolz. Ja. Zeig ich da. Was. 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 Dasつ stacks. Community C-7. Oh, man. Alles gut. es war ein schöner pass ein schöner schuss ja upsets oh 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 es oh 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 Ach, das war doch nie, oh Mann, ich wollte doch nie. Kommt da jemand? Ah, was, der mich umdeckelt, das ist nicht normal. Ja, guck mal, ich bin ein Tor beim Gegner, da würde ich gerne Puck jetzt sehen. Fast rumgekommen, ich muss versuchen, auf die Stockhand zu ziehen, ja, ja, ich schieße wenn ich mit links schießen würde, okay, aber mit rechts. Penalty. So, habe ich in der Küche können. Tut mir leid. Ich bin übrigens verletzlich, gerade. Ja? Oh, ja, so wie die. Aber sie hat nicht getroffen, trotzdem. Hm. Piep. Piep, piep, piep. Entschuldigung, Livestream. Taura. Okay. Ja. Tobi. so wie stand ich im weg oder knapp toby 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 ich war im netzschop abgepfiffen war da konnte ich gerade gar nichts man es war gut gekontert den block habe ich hingekriegt weil wenn ich meine verteidigungsposition reinkommt ist eigentlich relativ gut für mich auch der herr von köln da war doch dran mit der von hand ich drücke immer alles gleich weg so so ja doch wieder mich weggehauen bist du der bandenküsse brutal ist der helmenlose mich da weghaut er hat er macht richtig ich habe gerade nicht reingekommen wenn es zwei kommt Und jetzt kommt der Hutt für einen zweiten Gell. Macht es ein Double in der Spiel. Washington hat es gewonnen. Brake aus. Tien, ich will das reingeworfen. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Jetzt ist es ihm und der Gellie. Aber der Gellie ist besser. Er macht es so. Washingtons Offense hat heute eine Sache zu sehen, wenn sie hier großartig sind, hier in der 3. Er nimmt sich mit dem Puck auf der Draht. Oh. ich hab das ding gerade gesucht du musst du mitnehmen abseits nein ich hab doch Tackle weg rausgeticklet ich muss reinlaufen jetzt hab ich es verrafft leck mich doch mal ich lieg schon wieder lob mich bitte ich hab 16 lag da oben ich hab einen Hashblock gemacht guck wie lange ich brauche bis ich aufgestanden bin ja die Fahndi checks durch ich sitz draußen ernsthaft ich war eben auf der Satzbank ich hab nicht durchgecheckt ob du noch lebst halb tot ich kann ja mal Tacklen ey ich kann ja mal Tacklen ey ich lieg schon wieder auf der Fresse ey ich bin ich bin ich bin sie ist ich bin ich bin also sorry für was aber keine ahnung weil ich kann es nicht gewesen sein du kannst wenigstens mal ein bulli bei denen da oben und dann gewinnt das nicht ich bin immer noch von jetzt bin ich nicht mehr verletzt gott sei dank der letzte sechs minuten spiel doch kommt nix macht also auf diesen kurzen pass wir gehen gleich offline morgen wieder arbeiten ne zuschauer hat geschrieben aber mitspielen kann und die tage mal wieder wenn du bock hast kannst du mitmachen ich bin schon wieder verletzt weiter leg ich Nein. Ah. Lauf Tobi. Zieh durch. Ah. Gott sei. Kommt wieder hoch. Läpte liegen. Jetzt soll ich schon noch rangehen. Das ganze Spiel habe ich das verletzte Zeichen da. Unglaublich. 6-0. Ja, du wichst halt die meiste Zeit auf dem Eis rum. Ja, Tobi, falsch ist so, gell? Jetzt kriegen die Penalty. Ne, wir. Wir. Oh. Jetzt geht er noch an der Poste. Na, gut gemacht, Kai. Ja, weil das kriegt Sinn. Geh mir mal ein Bulli, du Honk. Oh. Wee. Ja. Ja. Ja 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 ja.